In Hamburg haben Freunde und Familie bei einer Trauerfeier Abschied von der Hamburger Kiezgröße Klaus Barowski genommen. Barkowski, pardon. Der 69-Jährige, der als der schöne Klaus bekannt wurde, starb am Dienstag in der Hansestadt. In den 70er Jahren stieg Barkowski im Hamburger Rotlichtmilieu zu einer Kiezgröße auf. Er war Gründer und Anführer der Nutella-Bande, einer Gruppe von Zuhältern in St. Pauli. Zuletzt hatte ihn die Amazon-Serie Luden bundesweit bekannt gemacht. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.